Herzlich willkommen im ersten inhaltlichen Modul unserer Vorlesungsreihe über nachhaltiges Bauen. In diesem ersten einführenden Modul möchte ich Ihnen einiges zur Begrifflichkeit des nachhaltigen Bauens erläutern, die Randbedingungen näher vorstellen und in das Thema einführen. Ich hoffe, dass Sie sich auch danach für das Modul interessieren und sich dann auch einschreiben im OLAT-Kurs, sodass wir gemeinsam über die einzelnen Kriterien nachhaltigen Bauens sprechen können. Um was soll es also jetzt gehen? Es geht um die Einführung des Begriffs, der Randbedingungen und auch der verschiedenen klimapolitischen Ziele, die global und in Deutschland vorhanden sind. Als Beginn der Veranstaltung möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Sie Ihre Fragen bitte jederzeit, sofern Sie ihnen denn kommen während der Betrachtung des Videos oder der Bearbeitung der Aufgaben, in das gemeinsame Padlet schreiben. Den Link dazu finden Sie im OLAT-Kurs und Sie sehen ihn auch hier auf der Folie. Und da finden Sie für jedes Thema, so auch für dieses erste Modul, eine eigene Spalte, in der Sie Ihre Fragen eintragen können. Wenn Sie sehen, dass da schon eine Frage steht, die ein Kollege, eine Kollegin von Ihnen da schon reingeschrieben hat, können Sie auch natürlich diese Frage entsprechend bewerten, sodass ich sehe, dass viele diese Fragen haben. Wir werden dann in der nächsten Veranstaltung in unserem Live-Meeting auf diese Fragen eingehen und die besprechen. Kommen wir zu der Begriffsdefinition bzw. der Relevanz des Themas. Warum ist es so wichtig, über Nachhaltigkeit zu sprechen? Schauen wir uns das an. Wir haben einige globale Entwicklungen, die das Thema sehr stark forcieren. Klimawandel ist dabei nur eine. Wir haben zahlreiche weitere, wie zum Beispiel die Begrenztheit der Ressourcen, was naheliegend ist. Wir haben mit Waldsterben zu tun, auch wieder ein aktuelles Thema. Eutrophierung, Rückgang der Artenvielfalt. Wir haben soziale Punkte, die global uns vor Herausforderungen stellen, wie Hunger, Armut, Kindersterblichkeit, Bildungsgerechtigkeit oder auch Gesundheit und auch natürlich ökonomische Herausforderungen. Wir leben aktuell in der Zeit des Coronavirus. Da wird das sehr deutlich und dieser Schock, der Anfang 2020 aufgetreten ist, wird sich sicherlich noch die nächsten Jahre spürbar zeigen. Wir haben die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung. Wir sehen das hier an der Darstellung der Verschiebung des Klimas für bestimmte Großstädte für das Jahr 2021, 2100. Wir erleben eine Erwärmung, die sich nicht nur in Europa natürlich zeigt, sondern auch global. Wenn wir das mal vergleichen, die Erwärmung im Vergleich des ersten Jahrhunderts, der 1900er Jahre und der ersten Jahrzehnte, dieses aktuellen Jahrhunderts, so zeigt sich, dass es schon einige Länder gibt. Also Deutschland ist davon noch mittelmäßig betroffen. Wir haben hier Polen, die baltischen Staaten, hier den Balkan, Italien, Mittelmeerraum, Spanien, die sich schneller entwickeln als die globale Mitteltemperatur. Wir kommen später nochmal auf das Thema Temperatur zurück. So lagen wir zum Beispiel 2019 bereits global gesehen bei der globalen mittleren Temperatur über Land schon bei plus 1,5 Grad im Mittel. Wenn wir uns das für Stuttgart anschauen, so sehen wir auch hier, dass sich das sehr stark erwärmt von den 1950er Jahren bis heute schon um 1 Grad Celsius angestiegen und wenn man das auch noch überträgt auf die heißen Tage, an denen im 24 Stunden Mittelwert die Temperatur über 24 Grad lag, so sehen wir, dass das im 20. Jahrhundert 1,3 Tage sind und im 21. Jahrhundert man mit 5,5 Tagen rechnen muss. Schauen wir uns die Anzahl der Naturkatastrophen weltweit an. Auch da eine zuverlässige Quelle, das ist die Munich Re, einer Rückversicherung, also eine Versicherung für Versicherungen, die sehr großes Interesse daran hat, zu wissen, wie sich die Schadenssumme belaufen wird in den nächsten Jahren. Und auch hier sehen wir einen Trend der Zunahme. Wenn wir uns anschauen, woraus sich das zusammensetzt, dann sind das vor allem meteorologische Ereignisse und hydrologische Ereignisse. Weniger, also geophysikalische Ereignisse, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbruch bleibt konstant, aber vor allem die meteorologischen haben stark zugenommen und die hydrologischen. Wie verteilt sich das nun? Hier sehen wir auch, das sind natürlich die versicherten Ereignisse, dass der asiatische Raum sehr stark davon betroffen ist, aber auch Europa sehr stark davon betroffen ist. Schauen wir uns jetzt zukünftige Szenarien an und Einflüsse. So sehen wir, dass ein großer Einfluss die zunehmende Verstädterung ist, die Urbanisierung. Wir sehen hier ein Bild aus den 1970er Jahren, da gelebten 3,6 Milliarden Menschen auf der Erde nur. Und nur punktuell gab es Megacities wie hier mit mehr als 10 Millionen Einwohnern oder auch hier in Japan, aber ansonsten eher mittelgroße, große Städte. Und das beschleunigte sich sehr stark. In den 1990er Jahren lebten schon 5,3 Milliarden Menschen auf der Welt. Und wenn wir uns das jetzt für 2018 angucken, dann sind wir schon bei 7,2 Milliarden Menschen. Und die Prognose für 2030 liegt bei 8,5 Milliarden Menschen. Und wir sehen, dass nur noch ein Land existiert im Jahr 2030, das weniger als 20 Prozent verstädtert ist. Also die Städte stellen uns vor große Herausforderungen. Was heißt das jetzt bei zunehmender Anzahl der Menschen für den sogenannten ökologischen Fußabdruck? Wir sehen hier die Biokapazität. Das heißt, die Kapazität des Planeten pro Kopf nimmt natürlich ab, je mehr Menschen auf der Welt leben. Wir sehen auf der Y-Achse die zur Verfügung stehende Fläche, global betrachtet. Und wenn wir jetzt da demgegenüber den ökologischen Fußabdruck, also den Verbrauch, den Ressourcenverbrauch pro Kopf ausrechnen, dann sehen wir, dass bereits im Jahr 1970 die Kapazität erschöpft war. Davor hatte die Welt noch Reserven. Das heißt, die Biokapazität war noch ausreichend. Und ab dem Jahr 1970 leben wir im Defizit. Das heißt, wir machen ökologisch betrachtet oder ressourcenmäßig betrachtet enorme Schulden. Und das geht natürlich nicht unendlich so weiter. Das kann sich jetzt auch ausdrücken. Eine andere Umrechnung wäre jetzt der sogenannte Earth Overshot Day oder der auf Länderebene bezogene Overshot Day. Das heißt, der Tag des Jahres, an dem die Ressourcen verbraucht sind. Und dann sehen wir, dass global betrachtet im Jahr 2019, dass der 29. Juli war. 2019 haben wir global 1,75 Erden verbraucht, was die Ressourcen angeht. Und das ist ländermäßig natürlich sehr stark unterschiedlich. So lag der Overshot Day in Deutschland schon am 3. Mai 2019 bzw. 2020 jetzt hier die Zahlen. Und wir haben in Deutschland gut drei Erden verbraucht. Also viel zu viel, was Ressourcen angeht. Und in den USA lag der Overshot Day schon am 14. März. Also nach drei Monaten waren die Ressourcen, die eigentlich Amerika zustehen, was die Bevölkerung angeht, schon aufgebraucht. Und insgesamt hat dementsprechend die USA fünf Erden verbraucht. Indonesien hingegen hat erst am 18. Dezember 2020 seine Ressourcen verbraucht. Also eine nahezu ausgeglichene Bilanz. Welche Einflüsse können wir noch beobachten? Wir haben zum Beispiel die Entwaldung des Amazonas-Regenwalls. Der lag im Jahr 2019 bei rund zwei Hektar pro Stunde. Pro Stunde. Zwei Hektar pro Stunde. Und wenn Sie die aktuellen Nachrichten verfolgen, können Sie auch da sehen und lesen, der Amazonas brennt. Also die Entwaldung nimmt weiter zu, trotz Verbots. Wir werden den Effekt haben, dass wir ab 2050 keinen kommerziellen Fischfang mehr möglich haben werden, weil die Fischgründe zurückgehen. Und wir haben ein globales CO2-Budget von 420 Gigatonnen ab 2018. Deutschland hat ein CO2-Budget, Entschuldigung, die Welt hat ein CO2-Budget pro Jahr von 37 Gigatonnen. Das heißt, wir werden im Jahr 2027 schon das restliche CO2-Budget aufgebraucht haben. Jetzt können wir dem entgegensteuern oder nicht. Das heißt, wir müssen uns schon auch mit den Folgen beschäftigen. Schauen wir uns an, wie hoch der Anteil des CO2-Gases in der Atmosphäre ist. So werden wir feststellen, dass der CO2-Anteil sehr, sehr gering ist. Nur bei 0,04 Prozent liegt. Wie hat sich der entwickelt? Also man könnte ja sagen, das hat ja keinen Einfluss. Also so ein geringer Anteil. Schauen wir uns aber die CO2-Konzentration der letzten Jahrtausende an, so werden wir sehen, dass die Konzentration relativ konstant lag zwischen 180 und 300 Parts per Million, also Teile pro Million. Und dass wir hier ganz stark feststellen, natürlich einen explosionsartigen Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre. Und der Betrug im Juni 2019 410 ppm. So hoch wie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Vergleichen wir das jetzt mit den Modellrechnungen, können wir sehen, dass für einen Anstieg, eine Begrenzung des Anstiegs auf 2 Grad Celsius, eine CO2-Konzentration von 450 ppm angestrebt wird. Ein Anstieg von 3 Grad Celsius korrespondiert mit einem CO2-Gehalt von 550. Entschuldigung. Und wir sehen, dass wir da schon sehr nah dran liegen. Und die Frage ist, wie wir diesen rasanten Anstieg der CO2-Konzentration einbremsen können. Die globale Entwicklung der pro Kopf CO2-Emissionen ist dabei sehr unterschiedlich. Sieht gar nicht so dramatisch aus. Wir haben also Länder, die stark zurückgehen. Luxemburg, auch die Vereinigten Staaten pro Kopf gerechnet, haben einen leichten Rückgang. Kleinere Staaten wie die Arabischen Emirate einen sehr starken Zuwachs. Deutschland auch einen leichten Rückgang. Das Problem sind aber die sogenannten Schwellenländer oder die aufstrebenden Länder und Nationen wie zum Beispiel China und Indien mit ihrer riesigen Bevölkerungsanzahl. Oder auch die afrikanischen Länder. Jetzt hier als Beispiel Kenia. Das heißt, wenn diese riesigen Länder natürlich den pro Kopf CO2-Ausstoß hochfahren, heißt das global nichts Gutes. Wir müssen eher nach unten gehen. Als Vergleich oder Einsortierung für einen Hin- und Rückflug Frankfurt-Peking braucht eine Person ungefähr 4,8 Tonnen CO2-Emissionen. Das heißt, wenn wir in Deutschland schauen, wir haben ein pro Kopf Budget oder Emissionen von ungefähr 10 Tonnen pro Jahr, dann ist das mit einem Hin- und Rückflug schon zur Hälfte ausgeschöpft. Jetzt fliegen natürlich nicht alle nach Peking. Das ist auch klar. Nur um das besser einschätzen zu können. So, kommen wir jetzt zu Ihrer ersten kleinen Aufgabe. Mich würde interessieren, mit welchen Folgen Sie persönlich rechnen oder welche Auswirkungen eine globale Erwärmung haben könnte für Sie persönlich. Das heißt, ich hätte die Bitte, dass Sie entweder diesem Link folgen. Das ist eine kleine Abstimmungs-App oder über den QR-Code auf diese Abstimmung oder die Meinungsabfrage kommen und dann da eintragen, mit welchen Folgen Sie persönlich rechnen. Machen Sie das jetzt am besten direkt, pausieren das Video und tragen da Ihre Einschätzungen ein. Wir schauen weiter. Es gibt sogenannte Tipping Points, das heißt Kipppunkte des globalen Klimasystems, die, wenn sie einmal überschritten werden, auch nicht mehr zurückgedreht werden können. Schauen wir uns an, welche das sind und vor allem, wann bei welcher Temperatur diese auftreten. Wir haben hier das Schmelzen des arktischen und des grönländischen Eisschilds bzw. Eisspiegels. Und das tritt schon auf bei einer globalen Erwärmung von 1 bis 3 Grad Celsius. Wir haben Gletscherschmelze. Wir haben Korallensterben, Artensterben und natürlich auch das Schmelzen des westantarktischen Eisschilds. Wir haben bei einer etwas höheren Temperatursteigerung von 3 bis 5 Grad Celsius eine Instabilität der Sahelzone, die interessanterweise erst grüner werden wird, dann aber austrocknet. Und wir haben Folgen. Wir haben zum Beispiel bei Abschmelzen dieser Eisschilde die zunehmende Gefährdung der borealen Wälder durch Waldbrände und Schädlinge. Auch das konnten Sie in den Nachrichten schon verfolgen. Wir hatten zum Beispiel auch große Brände in Sibirien. Wir haben durch das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds eine Versiegung der tiefen Wasserbildung und der globalen Wärmepumpe sozusagen dieser Meeresströmung, der Verlangsamung. Und dadurch wird es auch Effekte bis nach Europa haben. Wir haben das Kippen der Amazonasvegetation. Das verändert sich durch Artensterben und durch eine Klimaveränderung wird sich auch die Vegetation im Amazonasgebiet stark verändern. Und wir haben eine weitere Beschleunigung des Abschmelzens im Bereich der Antarktis, was dann zu weiteren Temperaturanstiegen führen wird. Und hier hatte ich schon erwähnt, das Auftauen der Permafrostböden, Methanausgasung. Methan ist viel schädlicher als CO2. Also auch das wieder ein beschleunigender Effekt. Und dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, sehen Sie anhand von zwei ganz aktuellen oder einem ganz aktuellen Artikel. Und den entsprechenden wissenschaftlichen Artikel dahinter, habe ich Ihnen auch in das Material gepackt, dass nämlich das grönländische Eisschild verloren zu sein scheint. Es wurde über Jahrzehnte aufgetragen, der Zuwachs des Eises und des Abschmelzen. Und man stellt seit mehreren Jahrzehnten fest, dass die Bilanz negativ ist. Das ist erstmal ein Indiz, aber eine Feststellung. Und da scheint schon ein Kipppunkt überschritten zu sein. So stark wie auch immer auf die Bremse treten, das scheint unwiederbringlich verloren zu sein. Und das hat enorme Folgen. Wir kommen in der nächsten Folie darauf zurück, beziehungsweise hier ist sie schon. Und das ist jetzt eine Abbildung aus diesem Artikel, den ich auch verlinkt habe, beziehungsweise den ich auch als Material in den Materialordner gelegt habe. Der grönländische Eisschild verliert immer schneller an Masse und ist damit der größte Einzelfaktor zum Anstieg der Meeresspiegel. Er verliert pro Jahr ungefähr 500 Gigatonnen Wasser, Masse. Und wenn man jetzt nur das Wasser mal gleichmäßig global verteilt, dann führt das zu einem Meeresspiegelanstieg von in etwa einem Millimeter. Das klingt nicht viel, es ist aber ein sich beschleunigender Prozess. Und man muss bedenken, lokal, die Meeresmasse verteilt sich nicht gleichmäßig, sondern lokal können das zwei bis drei Millimeter sein. Würde der gesamte Grönland-Eisschild wegschmilzen, was noch sehr lange dauern wird, aber wenn das geschieht, dann ist das eine Wassermasse, die zu einer Meeresspiegelerhöhung führen wird, von in etwa sieben Metern. Sieben Meter Meeresspiegelerhöhung, so viel Wasser ist gespeichert im Grönland-Eisschild. Kommen wir jetzt zum Begriff der Nachhaltigkeit und werfen erstmal einen Blick ganz weit zurück. Auch das hatte ich in dem Intro-Video schon gesagt. Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft. Hans Karl von Karlowitz hat den Begriff geprägt und er will damit sagen, dass nicht mehr abgeholzt werden sollte, als nachwachsen kann. Für die Forstwirtschaft generell nachvollziehbarer Gedanke, weil wenn ich mehr abholze als nachwächst, werde ich irgendwann keinen Wald mehr haben, den ich bewirtschaften kann. Jetzt hat sich dieser Begriff natürlich gewandelt im Laufe der Zeit und wir sehen hier diese Entwicklung. Angefangen 1951 vielleicht für, könnte man sagen, die Anti-Atomkraft-Bewegung als erstmaligen breitem gesellschaftlichen Konsens, die Sorge bzw. die Risiken der Kernenergie und die Wechselwirkungen mit der Umwelt. 1956 war dann interessanterweise Peak-Oil-Berechnung, also die Frage der Ressourcen. Wie lange reichen die fossilen Energierohstoffe der Welt? Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer weiter verschoben, weil die Möglichkeiten fossile Ressourcen zu gewinnen sich geändert haben. 1972 dann ein sehr markanter Punkt, Club of Rome als Stichwort, eine Veröffentlichung einer Studie, die Grenzen des Wachstums, sehr bekannte Aussage. Also was wäre, wenn die gegenwärtige Zunahme der Bevölkerung, Umweltverschmutzung, Nahrungsmittelproduktion, Abbau natürlicher Rohstoffe und so weiter unverändert anhielte? Werden die Grenzen innerhalb der nächsten 100 Jahre erreicht werden? Das hat sich unter anderem deswegen auch nicht bewahrheitet, weil Umweltschutzauflagen immer stärker in den Vordergrund rückten. Dann zwei sehr einschneidende Katastrophen. Zum einen das Chemieunglück in Bhopal, wo 500.000 Verletzte und bis zu 25.000 Tote infolge eines Chemieunfalls zu beklagen waren. Und im gleichen Jahr, beziehungsweise zwei Jahre später, 1986, dann die Naturkatastrophe, nicht die Natur, die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Dann ein Meilenstein, was Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung angeht, der sogenannte Brundtlandbericht der Vereinten Nationen. Und der auslösende Hauptfaktor war für die erste Umwelt- oder Klimaschutzkonferenz in Rio de Janeiro, dann 1992, die dann wiederum, also die erste Klimakonferenz, die Ziele definierte, beziehungsweise die Weichen stellen wollte, für eine weltweite nachhaltige Entwicklung. Und mit der in Rio verabschiedeten Agenda 21 werden ganz konkrete Handlungsaufträge definiert. Und die Agenda 21 beschäftigte sich mit konkreten ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen und Maßnahmen für eine soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Erhaltung und Bewirtschaftung von Ressourcen, Stärkung wichtiger Beteiligter, einem Aktionsprogramm und Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung. Also ein ganz wichtiges Papier, was dann auch in Deutschland umgesetzt wurde. Ein weiterer Meilenstein ist die UN-Klimakonferenz in Kyoto mit dem sogenannten Kyoto-Protokoll. Warum ist das wichtig? Weil das erstmals eine rechtsverbindliche Begrenzungs- und Verringerungsverpflichtung für die Industrienationen vorsah. Und das Protokoll sollte in Kraft treten, sobald mindestens 55 Staaten, die zusammengerechnet mehr als 55 Prozent der Emissionen des Jahres 1990 verursachten, das Abkommen ratifiziert, also verabschiedet hatten. Und an der zweiten Bedingung scheiterte ganz lange Zeit das Inkrafttreten, da die großen Verursacher die Ratifizierung verweigerten, etwa die USA nach dem Amtsantritt des republikanischen Präsidenten George W. Bush im Jahr 2000. Und erst im Jahr 2004 konnte das Protokoll in Kraft treten, weil dann die russische Duma, also das russische Parlament dem Protokoll zugestimmt hatte. Und ab 2013 wurde dann das zweite Kyoto-Protokoll bis 2020 fortgeführt und letzten Endes dann auch ersetzt im Jahr 2015 durch das Pariser Abkommen, was denke ich eher Bekanntheit hat. Und jetzt eine kleine zweite Aufgabe für Sie, auch wieder über den gleichen Mentimeter-Link. Schätzen Sie doch mal, wie hoch sind die Umweltfolgekosten für den Ausstoß einer einzigen Tonne CO2? Machen Sie Pause, stimmen Sie ab, ist eine Schätzfrage und wir werden die Antwort letzten Endes in unserer gemeinsamen, in unserem Videomeeting uns anschauen. Also wie hoch sind die Folgekosten? 2006 konnten Sie eben in der Zeitleiste aussehen. Ein sehr markanter, ein sehr bemerkenswerter Artikel des Sterns. Und er enthält letzten Endes fünf Dimensionen. Fünf Dimensionen wurden betrachtet in Abhängigkeit der Klimaerwärmung, und zwar in Grad Celsius-Schritten. Und was man sehen kann, bei plus ein Grad fallende Ernteerträge, ich lese das jetzt nicht alles vor, oder die Erkenntnis daraus ist die, dass mit ein Prozent Invest des Bruttoinlandsprodukts bereits fünf Prozent Verlust Bruttoinlandsprodukt durch die Klimafolgenschäden verhindert werden können. Und auch da gibt es einen aktuellen Forschungsbericht bzw. Artikel zu, der ist leider nicht kostenfrei. Ich versuche gerade dran zu kommen und würde ihn dann auch noch in den Materialartner laden, der auch die Aussage enthält, dass jetzt Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen ökonomisch sinnvoller sind als nichts zu tun und die Folgen möglichst auszugleichen. Wenn ich das überhaupt kann, weil Arten sterben kann ich nicht durch Investitionen letzten Endes wieder einfangen. So, da geht es weiter. Und ein letzter Bericht bzw. eine letzte Quelle, die ich ihn noch nennen will, ist der aktuelle Zwischenbericht des IPCC, also des Weltklimarates, der sich mit den Folgen einer 1,5 Grad Erwärmung beschäftigt hat. Und das ist wichtig fürs Verständnis, wenn ich mit den Begriffen arbeite, also wie wahrscheinlich ist etwas, dann sehen wir hier die gemessene, gemessene, das sind keine Prognoseberechnungen, die gemessene beobachtete monatliche mittlere globale Oberflächentemperatur, also es geht um die Landmasse. Und wir sehen hier mögliche Entwicklungspfade. Und wir haben hier den grauen Entwicklungspfad. Globale Emissionen erreichen bis 2055 netto 0. Netto 0 heißt unterm Strich keine CO2-Emissionen. Global bis 2055, wie wahrscheinlich das ist, können Sie sich selber ausdenken. Und dann erhalte ich ein Wahrscheinlichkeitsfenster, wenn ich das erreiche, mit einem 95%igen Wahrscheinlichkeits- oder Vertrauensbereich, der sagt, dass ich dann die globale Erwärmung bei 1,5 Grad halten kann. Warum 1,5 Grad so wichtig ist, sehen wir gleich. So, wenn ich das jetzt positiver betrachte, das heißt, ich erreiche noch schneller, mit einem schnelleren Ausstiegsszenario, diese gleiche CO2-Minderung, dann lande ich mit nahezu sicherer Wahrscheinlichkeit unterhalb von 1,5 Grad. Hier habe ich immer nur mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit die 1,5 Grad. Es kann aber auch sein, dass es bis 1,7, 1,8 Grad hoch geht. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich also langsamer bremse oder nicht bis zum Jahr 2055 netto 0 lande, dann werde ich in diesem Wahrscheinlichkeitsbereich rauskommen. Aber ich reduziere es trotzdem. Also es ist kein weiterer immer mehr CO2-Ausstoß, sondern eine Reduzierung auch bei diesem violetten Szenario. Und da landen wir bei plus 2 Grad oder weniger nach den Modellrechnungen. Es gibt Studien, es gibt Behauptungen, die sagen, ja, das sind ja alles Rechnungen und das ist ja viel zu komplex, um das alles so sagen zu können. Es gibt aber jetzt auch eine Metastudie, die über 1000 andere Studien ausgewertet hat. Die vergleicht alte Prognoserechnungen und wie hoch war deren Zuverlässigkeit aus heutiger Sicht. Das heißt, wir können sagen anhand dieser Studie, dass die Modellrechnungen des IPCC, die in der Vergangenheit gemacht wurden mit den unzureichenden Rechenmöglichkeiten der Vergangenheit, trotzdem eine hohe Zuverlässigkeit hatten. Also mit welcher Begründung sollte ich jetzt daran zweifeln, dass diese Modellrechnungen nicht stimmen? Also aus meiner Sicht ein ganz schwaches Gegenargument. Und jetzt zum Tag heute. Sie sehen hier auch die gemessene Erwärmung im Jahr 2019 und Sie sehen, dass wir hier schon eine mittlere Land-Surface-Temperature, also eine mittlere Oberflächentemperatur über Land haben von schon plus 1,5 Grad im Jahr 2019. Und Sie sehen auch den Trend. Das sind gemessene Werte. Welche Folgen hat das nun? Warum sind 1,5 Grad so wichtig? Das sehen wir auch an diesem IPCC-Zwischenbericht. Wir sehen hier, dass für verschiedene Systeme, nehmen wir Extremwetterereignisse als Beispiel, das kann sich jeder gut vorstellen, ich je nachdem, wie sich diese Temperatur ändert, eine Veränderung feststellen werde. Und die Farben heißen jetzt folgendes. Rot heißt zum Beispiel schwerwiegende und weit verbreitete Folgen bzw. Risiken. Das heißt, für zum Beispiel diese Extremwetterereignisse. Wenn ich eine Temperaturverschiebung habe von plus 1,5, gehe ich schon in diesen roten Bereich. Das heißt, ich habe global betrachtet, mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen, was Extremwetterereignisse angeht. Die Häufigkeit zum Beispiel. Schaue ich mir einzigartige und bedrohte Systeme an, so sehe ich, dass bei einer Veränderung von 1,5 Grad mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dieses hoch heißt hohe Wahrscheinlichkeit, m heißt mittlere Wahrscheinlichkeit, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bereits sehr hohe Risiken oder schwere, schwerste Folgen zu erwarten sind für einzelne Ökosysteme. Auch das können wir schon beobachten. Zum Zeitpunkt des Berichts hat man gesagt oder feststellen können, dass die Zunahme bis 2015 1 Grad beträgt. Jetzt haben wir eben gesehen, 2019 liegen wir schon bei 1,5 Grad. Also es geht sehr viel schneller, als wir eigentlich befürchteten. Andere Abbildung. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf diese ganzen Ökosysteme? Auch da gibt es einen eigenen Sonderbericht für die Meere, für die Kryosphäre und so weiter. Und so sehen wir hier, dass die Auswirkungen, wenn ich jetzt bei dem 1,5 Grad Szenario mich bewege, für Warmwasserkorallen katastrophal sein werden, für die Arktis katastrophale Folgen haben wird, selbst bei 1,5 Grad Erwärmung. Küstenhochwasser nehmen zu, deutlich zu, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also ich rede jetzt hier bei den Warmwasserkorallen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ein Vertrauensniveau. Das heißt, alle möglichen Szenarien, alle Berechnungsszenarien führen zu diesem Ergebnis. Deswegen sind die 1,5 Grad so wichtig. Es war früher mal von anderen Temperaturänderungen die Rede 3 Grad zum Beispiel. Da scheint es so zu sein, offensichtlich so zu sein, dass das viel zu hoch gegriffen war. Kommen wir zurück zur Klimapolitik. Wie sieht der europäische Klimarahmen aus? Auf europäischer Ebene hat man sich bis 2030 ebenfalls ambitionierte Ziele gesteckt und die bauen auf dem geltenden CO2-Rahmen auf. Das heißt, plus 20 Prozent erneuerbare Energien, plus 20 Prozent mehr Energieeffizienz, minus 20 Prozent CO2, also dieses 20-20-20. Das heißt, das Ziel bis 2020 war minus 20 Prozent bis zum Jahr 2030 minus 40 Prozent. Und wo liegen wir? Wir liegen ganz gut, was die 20 Prozent angeht, aber der Pfad sieht nicht gut aus. Also wir müssen die CO2-Reduktion forcieren in Europa. Und besonders krass wird das jetzt im Hinblick auf dieses 2055-Ziel vom IPCC. Das heißt, das normale Szenario und hier wäre das beschleunigte Szenario, dann sehe ich ohne großen wissenschaftliche Ausbildung, dass die momentanen Entwicklungspfade nicht die Ziele einhalten, die die Europäische Union sich selbst gesteckt hat. Was letzten Endes auf diesem Pfad hin lag, minus 100 Prozent in 2055, wobei sich jeder denken kann, dass die immer weitere Reduktion immer schwieriger werden wird. Also selbst die Annahme, dass das linear geht, ist schon sehr optimistisch gedacht, sodass da noch sehr viel zu tun ist. Wir haben positive Entwicklungen, was einzelne Länder angeht. Wir haben aber auch gegenteilige Entwicklungen, aktuell zum Beispiel der Braunkohleausstieg in Deutschland, viel zu langsam, die dem Ziel entgegenstreben. Warum sollte sie das alles interessieren? Naja, es sind auf jeden Fall geltende Gesetze. Es gibt die europäische Regelung über Gebäude. Es gibt jetzt gerade frisch eingeführt das Gebäudeenergiegesetz. Das gilt ab 1. November 2020. Und wenn wir uns das Ziel anschauen, das Hauptziel im Gebäudeenergiegesetz, das lautet in §10, wer ein Gebäude errichtet, hat das als Niedrigstenergiegebäude zu tun. Ab dem 1. November 2020. Da fangen Sie an, im Bachelor zu studieren. Wenn Sie jetzt im Bachelor anfangen, machen Sie Ihren Bachelor 2023, Master 2025. Wenn Sie mit dem Master jetzt starten zum Beispiel, sind Sie 2022 mit dem Master fertig. Also das ist Ihr geltendes Recht, weshalb Sie das natürlich interessieren sollte. Das führte dann zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Das lese ich Ihnen jetzt nicht alles vor. Ich will Ihnen nur zeigen, dass die grün markierten Punkte sich im DGNB-System konkret auch widerspiegeln. Das werden wir dann auch sehen. Kommen wir jetzt konkret zum Bauwesen. Wir haben ja bislang global eher gesprochen. Kommen wir jetzt zu den Rahmenbedingungen und Handlungsempfehlungen in der Bauwirtschaft. Schauen wir uns erstmal an, wo steht die Bauwirtschaft. Betrachtet auf die Arbeitsplätze liegen sie so in etwa bei 7%. Bruttoinlandsprodukt auch ungefähr 10%. Aber jetzt der Ressourcenverbrauch. Ungefähr die Hälfte der Ressourcen landet im Bauwesen. Ungefähr 40% des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen werden durch die Bauwirtschaft verursacht. Und 70% des Flächenverbrauchs. Also ein ganz enormer Anteil, was Ressourcen angeht. Weshalb schauen wir uns den Flächenverbrauch an. Wir hatten im Jahr 2000 einen Flächenverbrauch von 130 in etwa Hektar. Unser Ziel lautet bis zum Jahr 2030 nur noch 30 Hektar. Und wo liegen wir im Jahr 2020? Wir liegen bei den etwa 60 Hektar. Das entspricht einer Fläche von der Baumaßnahme Stuttgart 21 pro Tag. Viele kleine Bauvorhaben machen das aus. Aber 58 Hektar ist noch immer eine gigantische Zahl. Ungefähr gut 50% des Abfallaufkommens in Deutschland sind durch Bau- und Abbruchabfälle verursacht. Das heißt ein enormes Recyclingpotenzial, eine Recyclingverpflichtung, mit der ich da umgehen muss. Bauvolumen von den Größenverhältnissen. Ungefähr 430 Milliarden Euro beträgt das Bauvolumen in Deutschland. Statistisches Bundesamt 2019. Der Staatshaushalt betrug 360 Milliarden, also wesentlich kleiner. Die gesamte inländische Autoindustrie lag bei 150, 155 Milliarden. Nur um mal die Dimensionen klar zu machen. Kommen wir jetzt zum Abschluss der Einführungsveranstaltung zu einer Begriffsdefinition von Nachhaltigkeit. Und fangen wir erstmal an mit einer kleinen Umfrage, die auch ganz erhellend ist. Eine Umfrage des Umweltbundesamtes. Zufolge kennen in etwa nur 10% der Bürger die Bedeutung des Wortes Nachhaltigkeit. Was heißt Nachhaltigkeit denn tatsächlich oder können das tatsächlich auch erklären? Aber, das ist vielleicht das Positive, trotzdem finden die, die es gar nicht erklären können, das trotzdem gut. Also Nachhaltigkeit finde ich gut. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich finde es gut. Insofern ist unsere Chance, dass Label, auch wenn ich sie nicht richtig definieren kann, trotzdem sich auswirken auf unsere Handlungen. Welche Modelle gibt es jetzt? Es gibt zwei Nachhaltigkeitsmodelle. Ein Modell ist das sogenannte Vorrangmodell der Nachhaltigkeit. Das heißt, einzelne Bereiche werden in Beziehungen zueinander gesetzt. Das heißt, keine Wirtschaft ohne Gesellschaft und keine Gesellschaft ohne Ökologie. Das heißt, Nachhaltigkeit steht an erster Stelle und Umwelteinflüsse können nicht wirtschaftlich ausgeglichen werden. Und demgegenüber gibt es das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Das heißt, alle drei Säulen werden gleichberechtigt behandelt. Jetzt gibt es Pro- und Kontra-Argumente sicherlich für beide Modelle. Das DGNB-System folgt hierbei aber dem Drei-Säulen-Modell. Das kann man für einzelne Bereiche, dem kann man auch zustimmen. Für andere Bereiche hat sicherlich die Ökologie auch Vorrang. Muss man im Einzelnen beachten. Aber letzten Endes finde ich auch, dass dieses Drei-Säulen-Modell, das ist auch State-of-the-Art, was die anderen Systeme angeht. Und das ist auch die Grundlage des DGNB-Systems. Also das eine sind die zwei Nachhaltigkeitsmodelle. Vorrang-Modell und Drei-Säulen-Modell. Und das andere ist der Begriff schwache oder starke Nachhaltigkeit. Schwache Nachhaltigkeit heißt in dem Fall, dass ich davon ausgehe, dass ich natürliche Ressourcen durch Kapital, human- oder Sachkapital ersetzen, substituieren kann. Und dass die Summe des Kapitalstocks gleich bleiben muss. Das heißt, natürliche Ressourcen plus Sachkapital plus Humankapital ist konstant. Verringern sich die natürlichen, kann ich durch Sachkapital ausgleichen. Beispiel Zerstörung eines Biotops kann ich durch Baumaßnahmen, durch eine Baumaßnahme so lange nachhaltig, wie das durch, wie durch diese Baumaßnahme im selben Maßstab Werte ersetzt werden, geschaffen werden. Das heißt, ich substituiere ökologische Werte durch Sachkapitalwerte. Das wäre schwache Nachhaltigkeit. Starke Nachhaltigkeit geht jetzt davon aus, dass ich natürliche Ressourcen eben nicht durch human- oder Sachkapital ersetzen kann. Das heißt, erneuerbare Ressourcen dürfen nur in dem Maße genutzt werden, indem sie sich auch regenerieren. Erschöpfbare, endliche Ressourcen, zum Beispiel fossile Energiequellen, dürfen in diesem System also gar nicht genutzt werden, ohne Ersatz durch gleichwertige, natürliche Ressourcen. Was natürlich auch eine extreme Annahme ist. Vielleicht besser nachvollziehbar, wenn man sieht, wenn man das auf ganz lange Sicht sieht. So kommen wir schon zur Zusammenfassung der Einführung in die Nachhaltigkeit. Was sollten Sie mitgenommen haben? Sie sollten wissen, vor welchen globalen Herausforderungen wir stehen und Sie auch ganz persönlich stehen. Sie sollten wissen, was unter Kipppunkten, Tipping Points des Klimasystems verstanden wird. Welche übergeordneten Nachhaltigkeitsziele auf globaler und nationaler Ebene beschlossen wurden. Was unter dem Begriff Nachhaltigkeit und dem Vorrang- bzw. Drei-Säulen-Modell verstanden wird und welche Relevanz hierbei die Bauwirtschaft hat. Einige Fragen jetzt zu dieser Präsentation finden sich natürlich auch im Quiz wieder. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie Interesse haben an dem Modul Nachhaltiges Bauen und würde mich freuen, wenn wir uns in unserem nächsten Live-Meeting, unserer Videokonferenz letzten Endes sprechen und Ihre Fragen erläutern und auch das weitere Vorgehen besprechen. Vielen Dank, machen Sie es gut. Bis dahin.